Musik Willkommen zu einer neuen Folge Pechkeks, Adventskalender, grausige Weihnachten Und heute kommt Türchen Nummer 16, ja, 16, wir schauen mal, was da heute drin ist für euch So, die haben wir nämlich hier oben, da ist jetzt nichts krasses drauf, außer hier die Kugel vielleicht Und da haben wir das Tütchen wieder, was wir natürlich jetzt öffnen So, heute mal mit langer Hose, sieht man nicht, ist auch egal Gestern Weihnachtsmarkt, dicken Backfisch gegessen So, da haben wir den schwarzen Keks Den knuspern wir jetzt wieder auf, holen das Zettelchen raus Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde Schade, dass du nicht reiten kannst So wirst du natürlich auch kein Glück abbekommen, Bruder So, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde Schade, dass du nicht reiten kannst Jetzt wollen wir natürlich wieder den Keks essen Weil essen, das kann ich wenigstens Und essen klingt so ähnlich wie vergessen Und das mache ich auch meistens, alles mögliche Aber kein Problem, denn das war es jetzt von Türchen Nummer 16 Wir sehen uns dann morgen am Montag Ja Achso, heute ist der dritte Advent, glaube ich Ist es heute Sonntag? Ja, bestimmt Dann frohen dritten Advent natürlich Wir sehen uns morgen am Montag beim Jetzt muss ich nochmal gucken Beim 17. Türchen Und genau das wollte ich mit vergessen Aber das war es von mir, Peace out for out Euer Ramses Bis zum nächsten Mal